Franchise-Nehmer und Makler erwartet bei Remax nicht nur das mit Abstand erfolgreichste Immobilien-Franchise-System, sondern auch die klare Nummer 1 in Österreich, die bekannteste Marke, eine Top-Aus- und Weiterbildung in der Remax-Akademie, Vorteile im Bereich Marketing und Technologie, ein gelebtes Netzwerk, hohe Qualitätsansprüche und für uns auch ganz ganz wichtig, die Kommunikation auf Augenhöhe und ein wertschätzender Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen.